Jetzt eben auch mit Maske. Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Und ich darf die ja jetzt abnehmen, da ich ja hier ganz alleine im Raum bin. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir müssen uns wieder über die neuesten Entwicklungen unterhalten. Maskenpflicht, wird sie kommen? Ja, nein, vielleicht. Ich finde sehr interessant, was aktuell ein Interview mit dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen so an Erkenntnissen uns gibt. Nämlich der hat gesagt, er geht davon aus, dass eine allgemeine Maskenpflicht kommt. In dem Augenblick, wenn die alle verfügbar sind. Weil vorher kann man ja keine Pflicht erlassen als Gesetzgeber, wenn kein Bürger dieser nachkommen kann. Und da haben wir es halt, sind genügend Masken da, wird man entsprechend eben auch zum Tragen in der Öffentlichkeit verpflichtet werden. Betrifft das jetzt auch die Kita? Ist die auch Öffentlichkeit? Öffentlichkeit? Wir sagen immer in unseren Fortbildungen, wir betrachten die als semi-öffentlich. Und ja, eine Gemeinschaftseinrichtung, die wird wahrscheinlich darunter fallen. Alles andere könnten wir uns nicht so ganz vorstellen. Wenn man auf der anderen Seite sagt, in der U-Bahn ist eine Maske zu tragen, im Bus ist eine Maske zu tragen und gegebenenfalls eben auch im Supermarkt, dann wird man eben aufgrund des Gefahrenpotenzials ziemlich sicher. Klar, wir haben keine Glaskugel, aber auch zu dem Ergebnis kommen, dass in Krippe, Kita und Hortschule eine solche Maskenpflicht dann auch gelten wird. Zum Thema Maskenpflicht. Auch ganz interessant. Wir haben ja über den Arbeitsschutzstandard Covid-19 berichtet, der da kommen soll, beziehungsweise als Eckpunktepapier schon im Raume ist und jetzt von den jeweiligen gesetzlichen Unfallkassen verfeinert werden soll. 1,5 Meter Abstand ist dort zwischen den Arbeitnehmern als Maßgabe vorgegeben worden. Im Betrieb bei der Arbeit, wo das nicht möglich ist, soll der Arbeitgeber Masken zur Verfügung stellen. Da hätten wir ja wiederum die Maskenverwendung sozusagen durch die Hintertür, weil wenn im Arbeitsschutzstandard das dann so vermerkt ist, dann wird man sich ja natürlich als Arbeitgeber dem nicht unbedingt entgegenstellen. Die Frage, inwieweit Kinder dann auch Masken tragen müssen, völlig offen. Lassen wir das mal so einfach auf uns zukommen, wie das dann auch im Einzelfall funktionieren soll. Ich als Papa sehe das etwas skeptisch, wie ich das meiner dreijährigen Tochter irgendwie beibringen soll. Aber auch das mag ja vielleicht funktionieren. Ich glaube ja auch daran, dass das mit dem Zähneputzen irgendwann mal super einwandfrei funktioniert. Insofern bin ich da Optimist. Dann noch, sehr wichtig, wir haben schon vor einiger Zeit über die Hinweise der Unfallkasse in Bayern zum Umgang, Betreuung, Notbetreuung und Risikoschutz hingewiesen. Ganz wichtig, dieses Papier aus Bayern ist jetzt auch auf der Webseite der Dachorganisation, also der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, veröffentlicht worden. Und die sagen eben auch, dass dieses Papier doch sehr hilfreich sei, wenn womöglich die jeweils lokale Unfallkasse der Länder des jeweiligen Bundeslandes eben nicht selber irgendwelche Hinweise und Empfehlungen herausgegeben hat. Somit ist das eigentlich auch eingetreten, was wir von Anfang an vermutet hatten. Diese Empfehlungen werden relativ weit in Deutschland übertragbar sein und lohnen daher einen Blick. Auch einen zweiten Blick lohnt dieses Papier, weil es ist nochmal überarbeitet worden. Und da ist nochmal richtig klargestellt worden, dass der Einsatz von Erziehern, die als Risikogruppe gelten, dass über diesen Einsatz der Träger zu entscheiden hat. Er hat also die Pflicht darüber zu entscheiden. Diese Entscheidung ist ihm nicht durch dieses Papier der Unfallkasse abgenommen worden. Aber er hat natürlich abzuwägen, Risiko am Arbeitsplatz in Relation zu einer Fachkraft in einer Risikogruppe eben entsprechend schwer zu erkranken. Und er habe sich, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, eben vom Betriebsrat diesbezüglich beraten zu lassen, was denn nun das Schlauste wäre, ob man diese Person eben einsetzen kann oder ob es da nicht womöglich schwerwiegende Bedenken eines Betriebsrates diesbezüglich gibt. Auch das haben wir immer, nur mal so nebenbei, in unserer Einzelfallberatung immer wieder gesagt. Wenn keiner weiß, wie hier das alles medizinisch zu beurteilen ist, dafür gibt es den Betriebsrat, Betriebsarzt. Insofern ist das jetzt auch eine Entwicklung, die uns nicht allzu sehr überrascht. Tja, was kommt als nächstes? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur anscheinend, dass für viele Schüler praktisch das Schuljahr, jedenfalls was die Präsenzpflicht in der Schule angeht, anscheinend vorschnell beendet ist. Jedenfalls muss man das so ein bisschen aus den Bundesländern hören. Klar, ein paar Abschlussklassen sind dabei, aber ansonsten sieht das alles nicht mehr so aus, als wenn es in diesem Schuljahr noch irgendeine Form von Normalität im Schulbetrieb wird geben können. Im Kita-Bereich scheint es ähnlich zu sein. Ja, die Notbetreuung wird aufgebohrt, aber inwieweit das dann zu erklecklich großen, prozentualen Zahlen kommt, dass Kinder wieder im Kita-Alltag teilnehmen können, ist jetzt auch eher unklar. Da ja diese Entwicklung immer nachvollziehbar, vielleicht zu einem gewissen Maße, aber immer so ein bisschen kläckerweise jetzt kommt, stellen wir uns eigentlich die Frage, wenn der Regelbetrieb zum August wieder angestrebt wird, was versteht ihr unter Regelbetrieb? Ihr da draußen, ihr Entscheider, wenn ihr gleichermaßen uns immer wieder erzählt, uns Bürgern, dass wir ja bis auf lange Zeit, vielleicht bis zum Ende des Jahres oder darüber hinaus, weit weg sind von jeder Form von Normalzustand. Insofern wäre uns ein Ausblick auf die nähere Zukunft auch vielleicht ganz lieb, aber da stehen wir garantiert nicht alleine da, sondern viele andere haben den gleichen Wunsch. Gespett ist es auch zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht möglich, aber es ist jedenfalls spannend, wie doch immer wieder überraschend die Entwicklung ist und insofern vielleicht fokussieren wir uns auf das, was das Wichtigste ist in diesen Zeiten, gesund bleiben. Es gilt das, was wir immer sagen, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss.